Hallo und herzlich willkommen zu BrawlHotter mit dem guten Mystery Hallo, so Warte, verfügen wir uns ein bisschen Das erste Match auf meinem Kanal Genau Und das wird bestimmt lustig Wir haben jetzt gerade schon bei mir aufgenommen, das war schon, oh Gott War schon lustig gewesen Ach, komm Ja, nee Was zum Teufel Du wirfst deinen Bogen einfach über das ganze Feld Ja, richtig Kannst du mal aufhören mich zu attackieren? Das ist irgendwie Ach so, ich hab gedacht, das war Sinn, das spielst du irgendwie Ne, ne Ah, okay Okay, dann nicht Haha, ich zum Teufel Ich weiß nicht, was Weiß nicht, was schlimmer ist, dass du mich damit noch getroffen hast, oder? Ne Oh, scheiße Das ist so leicht auszuweichen eigentlich, ne? Ja, ist es auch Bei Xardos hat sich kein einziges Mal getroffen gehabt, ne? Bei dir alles Ja Das ist auch eine riesige Smash-Attacke, ne? Wenn du fließt mit beiden Kanonen Okay Was mein ich denn da? Ah, jetzt hab ich grad diese Attacke noch mal für den Wolf Ey, der hat das gleiche Moveset wie die anderen mit den Kanonen Ja? Ja, zumindest mit den Kanonen, ja Da kannst du mal deine Kanonen wegschmeißen Das war ein anderes Ziel, oder? Tschüss 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 Yo! Oh maaas Sag tschüss, also tschüss Ciao Ciao Was zum Teufel? Ja, das ist bei dir einfach Alter Schwede! Ich hab dir direkt in die Fresse gebrochen Uuuu zu geil Du warst grad richtig kaputt? Schade, dass es nicht meine Aufnahme ist Ja In deinen Aufnahmen war es ziemlich ausgeglichen Könnt ihr gerne mal beim Mystery vorbeigucken? Der hat, äh, mit dem hab ich auch ne Runde gespielt Echt hab ich halt gar nicht am Anfang gesagt? Ne Ich hör dir doch nicht zu, weißt du was? Das ist ja auch Quatsch Ja ne, mir hat auch eigentlich keinen Sinn mehr zuzuhören Ne Ah, schade Alter Wie steht's denn eigentlich? 1-1 Also jeder hat noch ein Leben Achso, stimmt Ich mach dir das jetzt erst Ah, tschüss Kann man mal was nehmen Ich muss doch mehr Items benutzen irgendwie hab ich das Gefühl Ja Bei Brawl hab ich auch so gerne Items benutzt immer Oh, die Pockenbälle war das geilste für mich immer Ja Das hab ich immer am liebsten benutzt So was Aber auch teilweise runden nur mit Pockenbällen und so Aber dafür richtig viele sind Ja So was finde ich sollte es ja auch geben Ja Muss ja nicht unbedingt Pockenbälle sein Man kann auch irgendwelche anderen Viecher rein spielen Ja, Monster Monster Einfach Monster beschnürbar Oh, kannst du mal aufhören deinen Scheiß Kanonen zu nehmen Ja Ja Das ist wie hart Der ist ja auch richtig schlecht Player 1 gewinnt Player 1 gewinnt Wow GG Wow Aber bisher gefällt mir dieser goldene Rüstungstyp am besten Den habt ihr noch nicht gesehen Aber den zeig ich euch in meiner Runde jetzt noch Brawl Ok Aber wir sind doch nicht bei Super Smash Braw Also das ist auch so richtig, dass diese Pokémon-Arena irgendwie nachgekommen. Ja, irgendwie, dieses Stadion im Hintergrund. Ja, das war eigentlich in der anderen Bereich. Alles cool, ich meine, das ist ja nicht negativ gemeint, das ist ja echt cool gemacht. Nee, diese Anstellung sind halt echt geil so. Hoffentlich werden die nicht verklagt. Na, Quatsch. Wieso denn? Äh, keine Ahnung. Weißt du, Uri Geller hat Pokémon verklagt wegen, äh... Pokémon weiß Löffel gemacht, äh, gehalten hat. Ja, genau, sind sie laut. Ja, genau. Richtig ist dumm, oder? Ich vergesse mal wieder, dass du auch Pokémon-Fan bist. Alter, richtig kurze Reichweiteres-Schwert hier. Ach, jetzt weißt du, vielleicht soll ich meine. Nee, eigentlich nicht. Ja genau, fall halt runter. Alter, ich wusste gar nicht, dass man an der Wand springen kann. Nicht? Nee, was du mir ja nicht gesagt hast. Ja, man muss auch's rausfinden, weißt du? Nee. Wow. Zum Beispiel, dass man runterfallen kann. Tschüss. What the fuck? Yo, ich hab' schon den Bogen getroffen. Nein. Yo. Ja. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Alter, gib mir die Schmerz. Wir haben beide noch drei Leben einfach. Nein. Ja. Wir kommst du nicht mehr hoch. Wie denn? Dieser Quatsch. Das ist ja richtig gewesen. Ey, ich hätt mich so abgefuckt, wenn du da jetzt noch hochgekommen wärst, ne? Ja, glaub ich. Okay, alles klar. Ciao. Alter, okay. Ciao. Oh. 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 Ja. Ich bringe in deine Alkamine. Loop. Ja komm, du hast es ja nicht so lange schon draußen mal gemacht. Zack Zack. Oh. Ich glaub ich hab aber so langsam die Moves drauf. Auf welchem Knopf was ist. Ach komm, ich war um ein Tomtor. Nee. Ahaha. So nuss. Wie nice das ist, einfach mit dem Maltretter. Nice. Na? Nice! Ich war 3-5. Ja! Bin ich zuerst noch nicht ein, wenn du gegen mich gewinnst? Man weiß es nicht. Ja, du dann könntest... Wow! Möglicherweise nicht! Oh Gott, das kannst du stoppen. Okay, wir entspannen uns wieder, danke. Nein, finde ich nicht gut. Was ist denn nun? Kommst du jetzt mal hoch, oder? Ja, ich komme schon. Keine Angst. Ich hab dich schon vermisst. Tschüss. Ach komm. Warte, ich brauch das nicht. Keine Waffen mehr erlaubt, okay? Keine Waffen. Tschüss. Okay, tschau. Oh, schade, das wäre so gut gewesen. Wie du einfach noch echt reinspringst, ist das Spaß. Was denkst du denn, wer du bist? Kleiner Link hier. Achso, du bist Link? Ja, siehst du. Ich wüsste schon gleich. Ach, siehst du. Okay, das ist gut. Welcher Links bist du? Bist du Wind Waker? Äh, Twilight Princess. Ah, Twilight Princess. Ja, das ist der Beste für mich. Ja, ich auch. Nicht weiter. Alter, ich sterbe bitte. Geh einfach sterben. Ja. Oder ich gestern. Ja. Das war auf jeden Fall effektiv. Ja, ne? Wieso? Danke. Ich hab nur so viel Kompliment von mir. Oh, ich hab so'n Energieball. What the fuck? Ja, und das hast du eigentlich ziemlich sicher. Ja, ne? Ja, aber ich hab halt schon richtig viel Schaden. Nur noch ein Leben. Oh Gott. Und nicht für mich selbst. Das ist aber auch nett von dir. Ja, ne? Leider geht die Arbeit. Ja. Das ist schön. Ey, ich spiel's auch voll gut, weil ich hab äh, keine Lust mehr, CD Skyline zu spielen. Weil ich in dem Spiel so schlecht bin. Ich nehm das jetzt einfach als Ersatz. Okay. Woowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowow Keine Ahnung. Vielleicht tun die nur so, als wär's Randal und in Wirklichkeit. Das ist eigentlich Quatsch. Aber ich glaub, der hat mit dem Stab fast das gleiche Moveset wie du. Mhm, kann ich sagen. Aber kann man auch verstehen, weil, wie gesagt, das sind die Beta. Und free to play. Und free to play. Ihr könnt euch also alle gerne runterladen und wer Lust hat... Oh, knapp. Äh, mal mit uns eine Runde zu zocken, kann uns gerne in die Kommentare. Ja, vor allem, wir können ja auch mit Xardos und so noch hier, aber kann ja auch zu viert und so was spielen. Ja, das ist ja geil. Wir können uns vielleicht mal frechner Zmido holen oder Kurga oder was auch öfters spielen, wer auch mal den Oktober hat. Meinst du, das ist ein Spiel für Kurga? Ich zweifle da irgendwie dran. Ja, ich weiß nicht. Für uns ein Grumpy Kurga. Der will auch nicht bekommen, wenn wir so was. Wui. Das ist ein Spoiler, was? Was? Der Pokémon will ja auch nicht dabei sein. Ja, äh, normal. Warte mal kurz, ich muss mal kurz die Zeit, ein bisschen leiser drehen, du Arschloch. Das war ein bisschen zu spät gesagt. Da muss man auch ganz klein dazu sagen. Das macht ja was halt, oder? Nicht nicht. So, das kann man uns auch verstehen. Also, wir können uns vor allen Dingen auch gegenseitig verstehen. Oh, toll, dass man das jetzt mal am Ende da aufhauen kann. Ja, ne, ich dachte die ganze Zeit, das geht eigentlich, aber, ähm, war doch ein bisschen zu laut vielleicht. Ich muss mal aufhören hier. Yo, was war das für eine Attacke, die ich da gerade aufgeladen habe? Keine Ahnung. Ich sag, tu's mir. Bam. Aua. Ich war grad ein bisschen abgelenkt, weil meine Nase gejuckt hat. Ich hab wieder meine Superlanze. Ach ne, da liegt ne Mine. Ah ne, da liegt ne Mine. Warte. Oh, was, die exkludiert irgendwann automatisch? Ja. Ich so ein Name. Gesehen, das ist vorhin auch schon passiert. Ja, ich hab keine Ahnung, ich hab gedacht, ich schiebe was anderes, wenn's passiert. Oh man, ich wollt grad ein bisschen fliegen. Kannst mich mal entfliegen. In meiner Superlanze. Boom, Raketenlanze. Yo. Alter, genau getroffen. Aber die Möp ist auch geil, find ich, im Hintergrund zu mir, wie episch das aussieht. Das sieht aus wie... Das erinnert mich ja an irgendein Spiel. Ja. Ich weiß noch nicht, welches. Ich weiß noch nicht. Yo. Oh, das wär so schön gewesen, ne? Weißt du, was auch schön ist? Nicht? Bomben in dein Gesicht! Das ist halt schon fällig, ne? Weißt du auch. Ja, aber das war mit Ankündigung gefällig, ne? Das ist was anderes. Alter, diese Rauchattacke hab ich vorhin nie hinbekommen, ne? Du Bilder, Arschloch. Nein, Alter, wie kann der einfach nicht... Nee, ist mir glaub nicht. Unfassbar. Unfassbar. Nee, ich glaub, Hattori ist echt mein Lieblingscharakter. Der goldene... Diesmal nicht. Diesmal nicht. Diesmal nicht, was? Äh, diesmal hast du mich nicht getroffen. Was nicht ist, kann ja noch werden, ne? Nein, nein, nein! Einfach runterfallen! Alter! Ja, cool, weil sie diese kleinen Maps sind. Ja, könnte ich mehr forschen, weil es da für extra Maps sind. Okay, du kriegst halt direkt am Anfang eine Waffe. Und ich hab gerade gewonnen, Chris, und hab wieder gewonnen. Hier mit der Auswahl. Das heißt, daran liegt das nicht. Okay. Ich hab gerade gewonnen und wieder gewonnen. Na klar, also muss das, ne? Tschüss. Was hast du gerade gesagt? Tschüss? Ich find's nicht gut. Warte. Ich wieder... Yeah! Hammer Time! Bam! Hey! Jetzt Hammer Time! Ja, klar, total. Man merkt das. Ja. Hier geh halt weg. Tschüss. Jo, was war das denn, hä? Eine Mine? Hier? Patroni. Geh weg mit deinem blöden Schatten. Nein! Wirklich? Alter, dieser blöde Schatten, ne? In dem kann ich dich halt nicht angreifen. Alter, geh doch weg! Ja, Schattenbastard. Du gezählt das gerade aber einfach so. Oh, nein. Oh, dachtest du, ne? Dacht ich. Jo! Alter! Krasse Attacke gestartet. Ausgleich! Tja, wir haben einfach stehen bleibt. Ja, ja, gleich wollen wir mal gucken, was so passiert. Was soll denn passieren, außer dass du Schaden bekommst? Was, was dachtest du, dass passiert? Ähm, ich dachte vielleicht so, vielleicht, komm ich wahre Kräfte und verschmelzen mit der Kugel und wäre dann zu einer neuen Literatur, die ich dann... Ja. Alles klar, ne? Fantasie! Es ist ja klar, nicht. Ja, ja, klar, wie soll ich sonst die Robion schreiben, wie so was in die Gegend ist? Nein, einfach, du bist der Drehbuchautor von dem Spiel. Für gewissermaßen. Ja, gut, kann man jetzt auch... Kann man jetzt auch anders sehen? Weiß nicht, ob da zwei Meinungen zugelassen sind? Nee. Okay. Sonst fliegst du halt raus, ne? Find ich nicht gut. Ein bisschen... Ein bisschen... Ein bisschen... Ein bisschen... Okay. He. Find ich nicht gut. Alter, ich hab gerade meine Messerschiene eingesammelt, ja? Kannst mich mal in Ruhe lassen? Irgendwieder weggeworfen. Ja. Ich wollte eigentlich was anderes tun. Sehr gut, alle. Wow, wow, wow. Du bleibst so schön. Nimm mich halt mein Hammer-Time. Hammer. Ach komm. Okay. So langsam wird's. So langsam... Oh, schade. Achst du das denn? Ja, dachte ich. Ich muss auch das Ausgleich ein bisschen üben, finde ich. Ja. Ja, aber schön bleiben, ne? Ja, okay. Ich ziehe immer wieder, ne? Ich kann's ja immer wieder nicht laut genug sein. What the fuck? Okay, Ausgleich. Ja, geh doch weg hin mit deinem. Dieser kam der voll schnell, finde ich. Echt jetzt? Ja. Aber der kommt doch eigentlich immer gleich. Ja klar, an sich, aber es kam mir so vor. Hast du eine seltsame Wahrnehmung? Ja, klar. Ein Jahr geht für mich wie von Stunden. Achso, krass. Ich hab was bemerkt, nach deinem Rauchding bist du offen. Ja, stimmt. Oh, ich bin offen. Nice. Du bist richtig offen. Auf und für alles, ne? Immer auf und für alles bleiben. So ist das richtig. Aber echt, stimmt. Jo. Boing! Was zum... Das richtig kommt einfach. Oh, schade. Das war ein bisschen knapp. Vorher hinter uns sind diese Kreation, die uns immer wieder herbringen. Siehst du das? Im Hintergrund, nee, bei mir sind die gerade nicht da, aber ja, sonst... Doch, da. Doch, hier, bei mir, hier bei mir. Ja, und bei mir ist auch gerade eins. Hast du mich gerade versucht abzulenken? Äh, nee. Okay. Ey, vor allen Dingen, der schleift seinen Hammer über den Boden, ne? Na ja, und so schwer wie der ist und du kannst... Es hat keine Kraft so wirklich, ne? Also Thor, könntest du mit einer Hand locker tragen? Ja, ich hab halt nicht auf, äh, Kraft geskillt, sondern auf, äh... Voll geskillt, weil ich schon so lange Zeit hatte, um irgendwas zu skillen. Ich skille nie auf Kraft. Oh, nice. Und das... Aber ich nehm' ja nicht auf. Aha, geil. Ja, nee, ich nehm' auf. Alter, was... Was ist denn das hier für ein Match, das einfach 100 Jahre geht? Ja, ne? Ist echt so. Alter, kommt ja hier wieder... Nee! Ja doch, jetzt ist Schluss. Genau jetzt. Bam! Alter! Ja! Was ein Schlag, ey! Unfassbar. Aber du bist auch noch hochgeschleuert worden. Okay. Hat Spaß gemacht. Ja, ich würd' sagen, das war's mit diesem Part. Der Mystery hat mich eiskalt abgezogen, aber... Das wird im nächsten Part anders laufen. Bis dann, Leute! Und ciao! Ciao!